Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Life is Strange. Wir befinden uns in der Zeitgeist-Galerie. Da steht noch irgendwas von Everyday Heroes. Und alle gucken sich die Bilder ganz gespannt an. Oh, mit einem Pikolöchen. Jaja. Max ist auch ganz angetan. Du kannst alles, was du willst. Ich hoffe, dass du mit deinem Status auszunehmen und mit so vielen Influenzialen Menschen hier wie möglich. Work die Runde. Ich weiß nicht, ich fühle mich so wier. Ich bin ein kleiner Junge mit den Jugendlichen. Max. Nach dieser Woche bist du sicher nicht ein kleiner Junge. In Wahrheit bist du ein Angehöriger Junge von deinen Peeren. Jetzt musst du anfangen, wie der fotografier du bist. Ich bin ein kleiner Junge von einem großen Schuh. Ich habe angefangen, zu schützen, als ich jung war. Ich habe mich von meinen Schuhlern gefragt. Max, ich werde das Kaviar machen, damit du nicht musst. Ich besser in da und starte schmooz. Ich weiß, ich werde immer hier nicht sein, um zu schützen. Aber du gehst mit mir, wenn du willst. Na dann schauen wir mal. Rezeptionistin, was haben wir denn da alles? Ganz viele Flugblätter. Aha. Holy shit. This flyer was designed just for Chloe. But what would I wear? I love how much cool art is going on all over the bay area. Unlike Arcadia Bay. Some mysteries should stay that way. Nee, also in einem U-Boot leben, da würde ich, da würde ich ja durchdrehen. Aha, geht's hier auch noch lang? Hier sind die Toiletten. Können wir mit der Rezeptionisten quatschen? Was haben wir denn da? Kunstbücher. Ich wünsche mir Zeit, um die Zettgeist zu sehen, die Zettgeist zu sehen. Hallo. Mhm. Wer ist er hier? Den können wir nicht ansprechen, nee. Wo geht's denn hier lang? Oh, ein Gästebuch. Es ist toll, um alle diese Kommentare zu sehen, sogar die Zettgeist zu sehen. Naden. Ich bin von Wurt. Die depth of field, die Farben, die Bokehsformelung. Das war definitiv mit einem Medium-Format-Kamera, mit einem Leica 35mm-Lens. Du kannst definitiv finden die Details, die Geschichte der Fotos, wenn du all die Details in die Bilder kennengelernt hast. Oh, das ist so interessant, Matt. Fotos, 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 Fotos. Ganz, ganz viele Fotos. La, 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 la. Nein. Na sowas. Oh. Naja. Ich quatsche hier einfach immer alle Leute. Schön, schön, ja. Ja, ja. So, dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Hello. Oh. Hm. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with a first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I... I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. It's not your fault. You didn't know what really happened. I know, but that's not a good excuse for a principal. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his darkroom. Ah, those poor girls. At least he's in jail alone with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Out, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Ja, da gibt's ja noch einiges, was er essen kann. Ein Mann. Sprechen. Na? Manchmal klappt das irgendwie nicht hier so, wie ich das will. Mhm. Interessant. Sehr, sehr interessante Meinungen und Aussagen. Und, ähm... Ja, schauen wir uns doch mal weiter um. Hier sind sehr viele Bilder. Gucken wir uns das doch mal an, aber... Irgendwelche Krankenhausbilder. Kann ich nicht mit ihr sprechen? Hallo? Doch. Du musst du bist der Alltag-Hero von Blackwell. Mein Name ist Lauren Francis und ich arbeite das Medien-Departement bei der Detroit-School-Visual-Arten. Ich würde gerne über dich sprechen, wenn du eine Residenz im nächsten Jahr. Nicht sagen dir nichts zu Principal Wells, noch nicht. Mhm. Ich frage mich, ob ich diese Alltag-Hero-Picture kaufe. Ach, dann eben nicht. So. Da ist Max' Foto. Ich auch. Hi, und da ist sie, um den Tag zu schützen. Hi. Du hast es gemacht, Max. Du bist ein realer Artist. At least für heute. Und da kriegt sie gleich wieder Nasenbluten. Es ist zu laut. Max! 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 Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man. Your vision, it's... ...it's true. You saw the tornado, it's coming! What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared! I'm by the beach, I'm stuck in this... Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Ach, herrje, Mie. Hm. So, dann müssen wir jetzt mal schnell. ...unds dieses Foto nochmal anschauen. Mensch, lass mich doch in Ruhe. Komischer Penner. Ich habe hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ja, jetzt kriege ich es nicht hin. Ich rast du gleich aus? Nein. So, jetzt. Jetzt habe ich es. Das haben die doch mit Absicht gemacht, damit die beiden Leute mich nochmal zwischendurch vollquatschen können. Ja. Oh, shit. Oh, mein Kopf. Ich weiß es nicht, was du da machst. Das sieht auf jeden Fall alles sehr merkwürdig aus. Wie kann ich hier rausgehen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ansehen. Okay. Ja, indem du das Foto nicht abgibst, ne? Zerreißen. Achso, und das war es jetzt, ja. Hm, hm. Es ist ein bisschen verwirrend alles, ne? Ja. Ich bin's. Okay. Bye. 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 Oh, fuck. God, no. Ich bin wieder zurück. Ich dachte, ich habe alles verabschiedet. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte in der Karte sein, nicht hier. Jesus. Es ist wie du wieder in meine Klasse zurückkommst. Du bist noch immer nach der Karte. Es wäre cool, wenn du eine von deinen Patenten-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie-Selfie. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Anyway, Antwort auf meine Frage, bitte. Eat shit und die. Gut, Antwort. Gut, Antwort. Hey, Your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh. I had to let Victoria Chase go. You let her... Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad, you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said. Something weird. There's that fear. Max. It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, quiet, Max. Please. Don't do this. Wir müssen ja irgendwas machen. Was? Sticht der das denn rein in den Hals? Ist der behindert? Naja, der ist sowieso behindert. Hm. Ah. Ach, du Scheiße. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ach, halt die Klappe. Halt die Klappe. Warum kann ich denn das nicht wegmachen? Sonst könnte ich das doch auch immer überspringen. Ach so. Mal sehen, ob ich das Richtige ausgewählt habe. Aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwie... Hm. Okay, das war also das Falsche. Dann... Weiß ich nicht, stand da irgendwie was mit Licht ausmachen? Dann mache ich das mal. Jetzt kann ich es überspringen, naja. Zum Glück. Und will du mindst, auf die Lichter? Die machen mich squint, so... Ich bin nicht gut für die Schreie. Jetzt, du denkst wie ein realer Fotografer. Und ich will nicht deine letzte Erinnerung sein, dass es schlecht ist. Jetzt habe ich zurückgespult. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich vermisse dir. Vielleicht war es ja richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Jetzt speichert es irgendwie. Jetzt speichert es irgendwie. So. Ha. Okay. Okay. Nein. Nein. Hm. Hm. David Mattson. Of course. Well, this is what you get for playing cop. Ach, das war ja doof. Achso, hier gibt es noch mehr. Äh. Das war auch falsch. Deja vu. Es ist vorbei. Du bist nicht freundet. Gut. Du bist nicht. Du bist nicht Los Angeles. Du bist dich vor, ich mich verletz. D schaust. D schaust du mich an. Mhm. Das scheint jetzt das Richtige gewesen zu sein. Er wird nicht mehr gehen, wenn er sich umgehebte. Nur wenn Sie in der Präzise gehen müssen. Oder schlimmer. Herr Jefferson, jetzt ist es Ihr Zeit, um sich zu verabschieden. Er schützt, Chloe. Er schützt alles. Er hat alle meine Bilder. Warren! Okay, dann können wir jetzt scheinbar Auto fahren. David, uh, Chloe is, is dead. This isn't happening, you can't, no, God, not Chloe. Max, are you, are you sure, are you... Yes, I, I saw her, I, I saw a Jefferson killer in the junkyard. Last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? Hm, da kommt der jetzt aber selbst ins Gefängnis. Das ist doch auch doof. Hm, hättest du vielleicht doch das andere auswählen sollen? Ach ja, hm. Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David. Thank you for saving me. Hm. 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 Soll ich das jetzt so lassen? Jesus. All of these lives destroyed. Rachel. Chloe. Kate. Oh. 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 Aufạnh recreate. Yeah, ty. Hey. Warrin, kannst mich hören? Max. Jonathan. Oliver. Oh yeah,iggs. Haliff. Dieser Moment ist das in der Easy Sendelung, was duğlest? Genau. Aber warum? Hey, es war nicht so groß. Ja, es ist und ich will es. Wo sind Sie? Ich bin auf der Two Whales Diner. Ich bin hier mit Joyce, wegen dem Armageddon. Ich erwarte die Ozeine zu werden. Ich bin auf meinem Weg. Komm schon, das ist verrückt. Ich kann gar nicht auf dem Weg gehen. Seriously, Max, bleib wo du immer bist. Ich denke, die Sturm ist etwas kleiner. Ich bin kind of scared. Das ist okay, ich auch. Aber es ist noch nicht vorbei, Warren. So, warte. Hmm. Hmm. Hm. Hm. You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say, I'm sorry. I didn't wanna hurt Kate, or Rachel, or I didn't wanna hurt anybody. Everybody use me. Mr. Jefferson, he's coming for me now. All this shit, it'll be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. rip great. This sport. We just did it together. We just refer it. In the next one. We didn't know we weren't here anymore. We really wanted to work. We just need to invest in trouble. Ben She. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wo ist denn das Two-Rails? Ja, wer hängt denn hier irgendwo fest? Bis zum nächsten Mal. 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 Wie komme ich da jetzt hin? Ah, ich kann hier hoch. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Warum? Warum, warum, warum? Aha, jetzt taucht hier auf einmal dieses Brett auf. Meine Güte. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Aha. Hey, help me. Come on, Alyssa. Take my hand. Here I come. You did it, Matt. Are you okay? Now I am. We need to get out of here. Alyssa, you go on. I have to help other people. Whoa. Whoa. Ich werde mal schauen, ob ich hier noch jemanden finde. Irgendwo ruft hier jemand. Ah. Hey, hey, that guy's trapped. I have to help everybody I can. All right, Skid. Are you okay? Once I get the hell out of here, I was trapped here because I got stuck in this shithole delivering lobs after the railroad's closed down. You better go now. And I ain't never coming back here. You need a lift. No, thanks. I have to find a friend. You go, girl. You go. You go. So, wo ist denn jetzt das Deiner? Ich habe es doch vorhin schon irgendwo gesehen. Das. Ah, genau. Hier ist es. Hier brennt es. Ja, meine Lieben, hier ist ein Speicherpunkt und ich werde die Folge an dieser Stelle auch erst mal wieder beenden. Und ja, ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal.